Einen schönen guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chartflash für Montag, den 15. Oktober. Ich möchte gerne wieder einen Blick mit Ihnen auf den amerikanischen S&P 500 werfen. Da hat es in der Vorwoche, genau wie im Dax eben, einen massiven Kursanbruch gegeben. Wir standen zunächst noch über 2.900 Punkten und krachten dann relativ schnell deutlich in die Tiefe bis ungefähr 2.700 Punkte. In Folge konnte sich der Index aber wieder erholen und auch wieder über den 200-Tages-SMA ansteigen, also den einfachen Moving Average und notiert aktuell bei 2.767 Punkten knapp darüber. Sollte die Erholung sich hier weiter fortsetzen, die am Freitag begonnen hat, dann könnte der Index nun vor einer Trendwende stehen und vor einem Richtungswechsel wieder nach oben, Richtung 2.800 Punkte und höher. Die Lage würde sich dann aufwählen, sobald der Index über 2.800, 2.820 Punkte steigt, dann wäre mit einem erneuten Anstieg zu rechnen Richtung 2.900 Punkte zunächst einmal und dann könnte auch die herbe Korrektur der Vorwoche eventuell schon wieder beendet sein. Hier möchte ich eben einen Blick werfen mit Ihnen auf den Monatschart im S&P 500 mit dem steigenden grünen Trendkanal. Dieser Trendkanal, den hatten wir schon in der Vorwoche besprochen, der Index ist hier in den vergangenen Jahren unter anderem dann hier 2015, 2016 immer wieder nach oben abgeprallt, dann auch hier in diesem Bereich und dann befinden wir uns aktuell eben auch hier genau im unteren Trendkanalbereich. Wir sind hier in der Vorwoche etwas nach unten durchgebrochen, dann aber wieder nach oben abgedreht. Im Moment könnte man noch von einer Bärenfalle sprechen. Da sollte sich die Erholung nun weiter vorsetzen und der Index über 2.800 Punkte ansteigen, 2.820 Punkte ungefähr, dann könnte die Korrektur, wie gesagt, schon beendet sein und der Index dann eben weiter Kurs nehmen auf 3.000 Punkte und dann mit dem Aufwärtstrend weiter folgen, den wir hier schon praktisch seit 2015 haben, also immerhin schon drei Jahre. Insofern ist es eher unwahrscheinlich, dass wir nun hier vor einem direkten Trendwechsel nach unten stehen. Es ist eher davon auszugehen, dass wir hier nur eine normale Marktkorrektur hinter uns haben und der Index eben in Folge wieder nach oben ansteigt und dann Kurs nimmt im weiteren Verlauf auf 3.000 Punkte und dann auf 3.200 Punkte im nächsten Jahr, höchstwahrscheinlich erst dann auf den oberen Fibonacci-Fächer. Gut, hier mit dem Fear and Greed Index, der die Marktstimmung praktisch widerspiegelt im S&P 500, der notiert aktuell bei 11 Punkten im Bereich Extrem 4. Wir hatten in der Vorwoche auch schon Notierungen gehabt von 4 Punkten. Das sind extrem niedrige Werte, die eben eher darauf hindeuten, dass wir uns in einem Boden befinden. Darauf deuten auch andere Indikatoren hin, anstatt, dass wir nochmal deutlich weiter abgeben werden. Das ist natürlich möglich, genau wie nach einem Allzeithoch, der Index einfach weiter ansteigen könnte. Aber aktuell deutet die Lage eher darauf hin, dass wir uns an einem Boden befunden haben bei ungefähr 2.700 Punkten und nun zunächst einmal eine Erholung laufen sollte, aus der sich dann über 2.820 Punkten ungefähr mehr entwickeln könnte, nämlich dann ein neuer Anstieg Richtung 2.900 Punkte und höher. An der Konjunkturfront könnten heute noch US-Einzelhandelsdaten spannend werden für den Monat September. Die werden um 14.30 Uhr publiziert und mit einem Anstieg von 0,7 Prozent erwartet im Monatsvergleich nach einem Anstieg von 0,1 Prozent zuvor. Ansonsten liegen hier wenig interessante Konjunkturdaten an, um 14.30 Uhr ebenfalls kommt noch der Empire State Manufacturing Index für den Monat Oktober, der aber weniger Bedeutung haben dürfte für den Marktverlauf. Und dann um 4 Uhr nochmal die Lagerbestände für die USA, die mit einem Anstieg von 0,5 Prozent erwartet werden nach 0,6 Prozent zuvor, die aber ebenfalls eher unbedeutend sein dürften. Gut, dann wären wir durch für heute mit dem Chartflash. Der S&P 500 befindet sich trotz der Korrektur weiter in einem starken Aufwärtstrend, wie man im Monatschart erkennen kann. Wir befinden uns aktuell in einer scharfen Korrektur. Der untere Trendkanal, der langfristige, der hat bisher gehalten. Und wenn der Index nun über 2.800, 2.820 Punkte ungefähr ansteigen kann, dann könnte man schon davon ausgehen, dass die Korrektur beendet ist und der Index dann wieder Kurs nimmt auf 2.900 Punkte zunächst einmal. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel und werde mich dann wieder mit Kommentaren unter dem Video melden und dann morgen wieder mit dem ING Markets Morning Call.